Im Freitagabendspiel auswärts beim VfL Bochum hat der BVB die Meisterschaft vorerst mal wieder aus der eigenen Hand gegeben. Man hat nämlich nur 1 zu 1 gespielt, somit könnte Bayern mit einem Sieg am Sonntag wieder an ihnen vorbei, an die Tabellenspitze ziehen. Und nun mal meine kurze Analyse zum Spiel. Und das Spiel hat auf jeden Fall furios begonnen. Erste Chance für Bochum, langer Ball, Asano war durch, Flanke wurde zwar geblockt, aber der Ball kam halt eben in den Rückraum, wo dann eben Locia den Traumschuss aus der Distanz nimmt, weil der BVB eben nur den 16er abgesichert hat, wo alle hingegangen sind, aber eben den Rückraum komplett vergessen hat. Also das war auf jeden Fall schon mal ein fataler Start. Kobel ist zwar noch dran, aber den kann er nicht halten, aber die Dortmunder haben dann extrem gut geantwortet. Nächste Situation, siebte Minute, langer Ball von Hummels, Soares patzt, Mahlen ist eben durch, legt den quer in den Strafraum, Alea ist noch so ein bisschen dran und dann kann eben Adeyemi den Ball ins leere Tor einschieben. Und somit hatten wir den Endstand schon nach nur sieben Minuten. Dennoch hatte das Spiel ansonsten noch viel mehr zu bieten. Wir haben jetzt hier beim Tor gesehen, der BVB hat auf jeden Fall die Schwachstellen der Bochumer ausgenutzt, nämlich die Außenverteidiger bei langen und hohen Bällen. Das hat man schon beim Wolfsburg-Spiel gesehen, vor allem bei Soares, dem Linksverteidiger. Auch hier patzt er wieder und daraus resultiert dann eben das Tor für Dortmund. Bochum ist in dem Spiel größtenteils ziemlich hoch angelaufen, hatte dementsprechend auch die letzte Linie, also die Abwehrreihe, extrem hoch platziert, was sie halt eben so anfällig gemacht hat für lange Bälle, gerade auf die Außenverteidiger. Und da hat vor allem Hummels extrem viele und auch gute lange Bälle gespielt, auf die schnellen Flügel mit Adeyemi und Mahlen, die dann eben in die Tiefe einstarten konnten. Bochum hat es dann eben auch gegen den Ball, wenn sie angelaufen sind, mit Mannbezug, 1 gegen 1, fast über das komplette Feld verteidigt. Nur der Stürmer ist beide Innenverteidiger angelaufen und die beiden Innenverteidiger sind auf Allaire gegangen, aber ansonsten war es überall ein 1 gegen 1 Duell. Und so konnten sie es an sich eigentlich recht gut verteidigen, wenn das ganze Spiel statisch war, aber ansonsten konnte Dortmund sich eigentlich echt gut aus dem Pressing lösen. Sie sind gut aus dem Mannbezug rausgekommen, entweder mit Dribblings oder eben mit Rotationen der Spieler untereinander von ihren normalen Positionen. Oder wenn sich mal eben zum Beispiel Brand fallen lassen hat, dann hat er eben seinen Gegenspieler, in dem Fall oft Locia, mit rausgezogen und somit eben Raum für die anderen Mitspieler kreiert. Und so konnten sie sich eigentlich recht gut vorkombinieren. Und Bochum hatte damit dann auch schon so ein bisschen Probleme. Erste Halbzeit hatte der BVB eigentlich eine gute Masse an Chancen, aber jetzt keine wirklich herausragenden, wo man jetzt sagt, okay, sie müssten 2-1 in Führung gehen. Aber sie waren schon natürlich eher dran wie Bochum und generell war das ganze Spiel schon so ein bisschen zerfahren. Es waren von beiden Seiten viele Fouls, von Bochum natürlich noch ein bisschen mehr, weil sie den Spielfluss brechen wollten, sobald Dortmund wieder mal an einem Tor dran war. Und so war es dann oft ein ziemliches Hin und Her, aber von beiden Seiten. Beide hatten durchaus auch ein lückenhaftes Pressing. Bei Dortmund war es ein 3-2 ballorientiertes Pressing. Und so hatten beide eigentlich eine relativ ähnliche Spielanlage, haben sich oft flach rauskombiniert, aber eben beide auch gerne den langen Ball gewählt. Bochum vor allem auf Hofmann, der dann eben auf Asano und Anvi Ache verlängern sollte. Aber durch die ähnliche Spielanlage hat sich doch auch die individuelle Qualität von Dortmund durchgesetzt. Und umso länger das Spiel dann eigentlich ging, umso dominanter wurde der BVB auch. Und für umso weniger Entlastung konnte Bochum dann im Spiel nach vorne sorgen. Also gegen Ende der zweiten Halbzeit war da nichts mehr. Und generell haben sie in der zweiten Halbzeit eigentlich keine wirklich guten Chancen mehr herausgespielt. Wohingegen Dortmund zum Ende hin noch extrem gefährlich wurde. Sie hatten mehrere gute Phasen. Zum Beispiel die eine, wo dann eben der glasklare Elfmeter, muss ich jetzt ganz ehrlich sagen, faul an Adeyemi nicht gegeben wird. In der 64. Minute. Und ich meine, wenn es da Elfmeter gibt, dann ist es höchstwahrscheinlich ein Tor. Und es müsste auch eigentlich ein Platzverweis sein für Soares, der da eben schon gelb hatte. Und dann eben gelb-rot bekommen müsste. Kriegt er nicht. Dementsprechend bleibt Bochum eben mit dem 1 zu 1 im Spiel. Und kann das dann letztendlich auch halten. Auch wenn dann Dortmund durch den Doppelwechsel von Reus und Moukoko nochmal wirklich gute Szenen hat. Wo dann eben Riemann über sich hinauswächst und den ein oder anderen rausholen kann. Und dann ist es halt eben, ja, in der Nachspielzeit nochmal ein paar verzweifelte Flanken. Haben dann auch nochmal gute Chancen. Vor allem der Bellingham-Kopfball zum Ende hin. Dann auch nochmal aufschrei ein bisschen. Hummels Abseits-Tor. Also da gab es dann doch ordentlich Chaos noch zum Ende hin. Aber es hat letztendlich nicht gereicht. Glücklicher Punkt für Bochum. Auch wenn man nach Expected Goals schaut, hatte Dortmund definitiv die klar besseren Chancen. Hätte hier eigentlich von den Chancen her auf jeden Fall gewinnen müssen. Sie haben es leider nicht getan. Geben somit wieder den Bayern die Chance auf die Meisterschaft. Mal schauen, was die machen werden. Generell war das ehrlich gesagt sogar fast das Schwierigste der letzten 5 Spiele der Dortmunder. Weil 3 der 5 sind ja heim und sie sind extrem heimstark. Und Bochum ist auch extrem heimstark. Und ja, die haben es jetzt eben geschafft hier den Punkt zu Hause zu behalten. Generell muss man sagen, Dortmund hat es ja eigentlich echt gut gemacht. Sie gewinnen das wahrscheinlich mit anderen Schiedsrichterentscheidungen. Mit mehr Vermögen im Abschluss. Ist leider nicht passiert. Jetzt muss man halt eben die Situation annehmen und schauen, was passiert. Ich drücke ihnen dennoch weiterhin die Daumen. Auch wenn es jetzt wahrscheinlich wieder eher schlecht aussieht. Aber man sollte die Hoffnung auf jeden Fall nicht verlieren. Das soweit meine kurze Einschätzung zum Spiel. Was sagt ihr zu dem ganzen Teil der meiner Einschätzung? Lasst es mich gerne in den Kommentaren wissen. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir sehr gerne ein Like und ein Abo da. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Haut rein und ciao.